Beste Hauptstadt, beste Landeshauptstadt Deutschlands. Das ist meine Heimatstadt. Weil hier viele unterschiedliche Leute leben, weil es viele unterschiedliche Sachen gibt, weil es viele unterschiedliche Stadtteile gibt. Es gibt so viele verschiedene Dinge hier in der Stadt zu erleben. Mit Hannover verbinde ich auf jeden Fall viel Gastronomie, super leckere Leben und sehr viele, sehr, sehr gute Bürgerleben. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Eine multikulturelle Stadt, wo sich viele Nationen in einer Stadt leben. Die Atmosphäre, ja, die Leute sind cool. Es ist eine Stadt, die eigentlich mein ganzes Leben lang unterschätzt wurde, weil ich bin gebürtiger Hannoveranerin, habe auch fast immer hier gelebt und habe immer das Gefühl gehabt, dass Hannover stark unterschätzt wird. Ich habe immer gerne hier gelebt und ich habe es auch angenehm gefunden, hier zu leben. Hannover ist Kulturhauptstadt, weil es es verdient hat. Viel Grün. Weil es gibt kaum einen Tag, wo hier nicht irgendwas los ist in unserer Stadt. Gute Shoppingmöglichkeiten, gutes Bildungsangebot, gutes Freizeitangebot. Es ist eine Stadt zum Anfassen, es ist nicht zu überlaufen, wie zum Beispiel in Berlin und absolut lebenswert. Weil es einfach die geilste Stadt wirklich in Deutschland, vielleicht sogar auf der ganzen Welt ist. Weil es hier viel zu sehen gibt, viel zu erleben gibt. Hannover ist Kulturhauptstadt 2025, weil es hier einfach richtig cool zur Sache geht und weil es hier viel zu entdecken gibt. Genau. Hannover ist Kulturhauptstadt 2025, weil wir die schönsten Orte in ganz Deutschland haben.